Hey zusammen, ich bin Nico, Gärtner, IBA-Lerner hier im Kantonsspital Aarau. Ich bin jetzt im zweiten Niederjahr. Heute würde ich euch gerne mal zeigen, was ich in meinem Berufsalltag so mache. Kommt mal mit! In unserem Areal wachsen viele Bäume, Sträucher und Hecken. Diese bringen mir natürlich auch artgerecht und zum Teil auch kreativ in Form. Ich hilfe auch tatkräftig bei der Neugestaltung des Parkbereichs und der Wattepflege mit. Das Pflanzen von Bäumen, Blumen und Strüchen und dann sie wachsen und blühen ist immer etwas, was mich sehr glücklich macht und ich hoffe, ich kann mit dem auch andere Leute glücklich machen. Mit der Hilfe von verschiedenen Maschinen pflegen wir die Rasenflächen, die Blumenwiesen und auch die begrünen Dachflächen. Die frischgeschwindelte Rasen gibt immer so ein neues Gefühl. Die Sauberkeit wird bei uns natürlich auch grossgeschrieben. Wir reinigen regelmässig die Spielplätze, das Schloss und auch die Wäge. Es sammelt sich hier schon einiges an Abfall und muss dann auch regelmässig entzucht werden. Also wenn du auch Freude an der Natur und an der Jahreszeit hast und auch gerne draussen schaffst, dann komm doch zu uns ins KS an und mach ein Lehrer als Gärtner EBA. Wir suchen Menschen mit Herz. Ciao zusammen! Ja! Ja! Vielen Dank.